Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 26. Juni bis 28. Juni 2018. Nach diesem etwas kühleren Herbstwochenende zum Sommerbeginn wird es wieder im Wochenverlauf etwas milder. Das Tiefdruckgebiet hat sich weiter Richtung Osten versetzt und ein Hochdruckgebiet schaufelt jetzt eher milde Luft bis heiße Luft nach Mitteleuropa. So dass es im Norden am Dienstag wieder Werte bis 27 Grad gibt. In der Mitte des Landes werden nur 17 Grad erreicht. Am Mittwoch werden dann auch im Westen bis zu 27 Grad erreicht. Der Südosten kommt mit 21 bis 17 Grad etwas kühler davon. Am Donnerstag wird es wieder richtig schwül und gewittrig. Dabei sind die meisten Gewitter im Osten und Süden zu erwarten. Im Norden kann es auch örtlich gewittern. Dort ist die Gewitterwahrscheinlichkeit aber eher schwach. Dabei werden 30 Grad erreicht. Im Südosten richtet sich dabei auch noch etwas länger anhaltender Regen mit ein. Da werden nur Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad erreicht. Das war das Wetterupdate vom 26. bis 28. Juni. Wir sehen uns dann wieder am Mittwoch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis denn. Euer Cedric. Ciao.